Hey Leute, ich bin Stina, eine der Faktencheckteens von der Deutschen Presseagentur. Vielleicht kennst du die Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Sie organisiert viele Veranstaltungen für die Fridays for Future Bewegung in Deutschland und appelliert auch an Jugendliche, sich für den Klimaschutz einzusetzen. Auch ihre Präsenz in den Medien hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass sie eine bekannte Persönlichkeit im Bereich Klimapolitik geworden ist. Es kommt immer mal wieder vor, dass Menschen online Falschbehauptungen über Prominente oder generell Menschen im öffentlichen Leben verbreiten. In diesem Sharepick wird behauptet, dass Luisa Neubauer auf diesem Foto teure Mode und Accessoires unter anderem von Marken wie Gucci, Hugo Boss oder Jimmy Schuh trägt. Über dem Bild steht, wir wissen, dass der Kapitalismus nicht funktioniert. Und darunter steht dann Luisa Neubauers Name und Klima-Tussi. Heute wollen wir mal wieder Fakten checken. Denn du solltest nicht einfach alles glauben, was du online siehst. Wir machen jetzt einen Faktencheck, um herauszufinden, ob Luisa Neubauer wirklich so teure Kleidung getragen hat. Das angebliche Zitat habe ich, um es zu überprüfen, in die Google-Suche eingegeben. Und dazu habe ich den Satz in Anführungszeichen gesetzt, damit auch genau nach diesen Wörtern und auch in dieser Reihenfolge gesucht wird. Und meine Suche hat mich dann zu einem Fokusartikel geführt. Und in diesem Artikel vom 26. Januar 2020 wird ein Interview von Luisa Neubauer zitiert, das sie in der Wochenzeitung der Freitag gegeben hat. Und dort hat sie eben die Bepreisung von CO2 einen urkapitalistischen Gedanken genannt. Und darauf hat sie dann gesagt, wir wissen, dass diese Wirtschaftsweise langfristig nicht funktioniert. Das angebliche Zitat auf dem Share-Pick also hat Luisa Neubauer so nie gesagt. Jemand hat den Satz, der also im Interview steht, umgetextet. Und dann habe ich mir das Bild nochmal genauer angesehen. Ich wollte gucken, ob ich herausfinden kann, wo es herkommt. Und dazu habe ich eine Fotorückwärtssuche gemacht. Und das geht ungefähr so. Du lädst dein Bild in Google oder in der Google-App hoch. Und dann werden dir ganz viele Bilder angezeigt, die ähnlich zu deinem Bild sind. Und wenn man dann ein bisschen scrollt, findet man tatsächlich das gleiche Bild. Es wurde in der Zeitschrift Wild Vegan Magazine im Jahr 2021 veröffentlicht, zusammen mit einem Interview. Und auf dem Bild in dem Magazin trägt Neubauer aber Kleidung von den Marken Armdangels und Belly. Und das steht in dem Bild über der Beschreibung. Und dort schreibt die Autorin des Artikets auch, dass die fotografierten Frauen nachhaltig produziert und vegane Mode tragen. Auf diesem Originalfoto sind natürlich auch keine Preiseingaben zu sehen. Und das zeigt eindeutig, dass das Bild von dem Post nachträglich bearbeitet wurde und falsche Angaben eingefügt wurden. Vielen Dank, dass du dir heute dieses Video angesehen hast. Mach keine Kompromisse und sei medienschlau.